Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es um den aktuell besten Spieler von jeder einzelnen Nationalmannschaft, die dieses Jahr an der Europameisterschaft 2021 teilnimmt. Beginnen wir mit Italien und da habe ich Federico Chiesa von Juventus Turin. Federico Chiesa spielte als Leihspieler bei Juventus Turin eine sehr, sehr gute Saison. Der Rechtsaußenspieler gewann mit Juve dieses Saison den italienischen Pokal und den italienischen Superpokal. Mit seinen neuen Toren und neuen Vorlagen in der Serie A und mit 5 Scorer Punkten in der Champions League gehört er zu den aktuell besten Spielern der italienischen Nationalmannschaft. Das nächste Land auf unserer Liste ist die Türkei und dort habe ich den Bomber von Lille, Burak Yilmaz. Burak Yilmaz ist ein 35-jähriger Mittelstürmer, der mental stark und sehr mannschaftsdienlich ist. Seine Stärken zeigt er in 1-1-Situationen oder in Tore schießen. Durch seinen 16 Toren und 5 Vorlagen war Burak Yilmaz maßlos daran beteiligt, dass der OSC Lille seit über 10 Jahren wieder französischer Meister wurde. Das dritte Land auf unserer Liste ist Reels. Bei Reels gibt es eigentlich nur einen klaren Kandidaten und das ist unser Golfspieler Gareth Bale, der in 20 Premier League Spiele für Tottenham Hotspur insgesamt 11 Tore und 2 Vorlagen machte. Das nächste Land auf unserer Liste ist die Schweiz. Die Schweiz, ja da war es ein bisschen schwer, da habe ich mir wirklich schwer getan und ich habe einfach Nico Elwedi mit seinen 3 Toren und 2 Vorlagen als Verteidiger für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga genommen. Dänemark, Kasper Schmeichel. Nächste Land auf unserer Liste ist ein nordeuropäisches und zwar Finnland. Der aktuell beste Spieler aus Finnland ist der 31-jährige alte Stürmer Temu Pukki, der durch seinen 26 Toren für Norwich City in der 2. Liga Englands zum Wiederaufstieg in die Premier League geholfen hat. Russland, Alexandre Golovin. Das letzte Land aus der Gruppe B ist Titelfavorit Belgien. Meiner Meinung nach ist aktuell nicht Kevin de Bruyne der aktuell beste Spieler Belgiens, sondern der aktuell beste Spieler der Serie A, Romelu Lukaku, der mit seinen 24 Toren und 10 Vorlagen in der Serie A maßlos an der italienischen Meisterschaft von Inter Mailand beteiligt gewesen war. Romelu Lukaku ist für mich nicht nur ein Top 5 Stürmer, sondern auch wenn er Torschützenkönig und Europameister mit Belgien wird, hat er für mich sogar hohe Chancen mindestens in die Top 3 Weltfußballerwahl zu kommen. Sorry Leute, bevor es weitergeht, möchte ich kurz Eigenwerbung für meinen Instagram Account machen. Auf Instagram heiße ich ganz normal Neirol Football und dort versuche ich aktiv Fußball-Content zu bringen. Beispielsweise Top-Listen-Serien wie zum Beispiel die 10 größten EM-Momente aller Zeiten, die 70 besten Fußballvereine der Fußballgeschichte, die 40 besten Nationalmannschaften aller Zeiten oder ganz normale Fußballfakten oder lustige Memes zum Thema Fußball. Also add Neirol Football, der Link ist in der Videobeschreibung und jetzt machen wir einfach weiter mit dem Video. Das nächste Land auf unserer Liste ist die Niederlande und da habe ich den fast 2 Meter großen Stürmer Wout Velkhorst vom VfL Wolfsburg. Ja, Wout Velkhorst, auch wenn ihr mich dafür haten werdet und sagt, boah, Digga, wieder die grün-weiße Brille auf gehabt, lasst mich jetzt mal ausregen. Wout Velkhorst ist, wie KuchenTV gerne sagt, faktisch gesehen der beste Niederländer rein an den Statistiken. Velkhorst machte aus 34 Bundesliga-Partien insgesamt 20 Tore, 9 Vorlagen und war an 47% aller Torbeteiligungen beim VfL Wolfsburg dran beteiligt. Mit oder vielleicht dank seiner Hilfe schafft es der VfL wieder seit 2015-16 wieder sich für die Champions League zu qualifizieren. Kommen wir zu einem Land, das uns sehr ähnlich ist, Österreich. Und da ist es ganz klar, David Alaba von Real Madrid. Dazu muss ich eigentlich hier gar nichts sagen. Ohne ihn wäre die österreichische Nationalmannschaft eigentlich kaum etwas. Also vorher war David Alaba die Nummer 1 in Österreich und ist es für mich jetzt immer noch. Das nächste Land ist der klare Underdog und ist wie die finnische Nationalmannschaft das allererste Mal bei einer Fußball-Europameisterschaft. Gemeint ist Nordmazedonien oder bekannt nur unter Mazedonien. Der beste Mazedonier ist Goran Pandev, ein wuchtiger, kreativer Stürmer, der nicht nur durch sein Tor gegen die deutsche Nationalmannschaft bekannt wurde, sondern auch für seine fast 200 Tore, die er in seiner Karriere insgesamt erzielt hatte. Auch kleiner Funfact, Goran Pandev hat nicht nur ein Enes in seinem Team, sondern auch auf seinem Kopf. Gehen wir hin zum nächsten Land und das ist das Mutterland des Fußballs England. England hat für mich sehr, sehr viele gute Spieler und am Ende habe ich mich für Harry Kane, der aktuell noch bei Tottenham Hotspur unter Vertrag steht, genommen. Harry Kane ist nicht nur Torschützenkönig in der Premier League mit 23 Toren und 14 Vorlagen, sondern hat auch für mich mit ein paar anderen Stürmer, wie zum Beispiel Lukaku, Mbappé, Cristiano Ronaldo, die größten Chancen auf den Titel zum Torschützenkönig des Turniers. Kommen wir zum Vizeweltmeister Kroatien und da habe ich Matteo Kovacic genommen, der mit Chelsea für mich sehr, sehr überraschend die Champions Siege geholt hat. Schottland, Andrew Robertson. Das letzte Land aus der Gruppe D ist die Tschechische Republik und da habe ich klar Thomas Zuczik, äh ich meine Thomas Zuczik. Zehn Toren an den Höhenflug vom West Ham United dran beteiligt war und einer der besten ZM's West Ham's. Okay, kommen wir zum nächsten Land und das ist der Rekord Europameister Spanien und da habe ich Ferran Torres. Ferran Torres gewann mit Manchester City die Premier League, den glaube ich Carabao Cup oder irgend so einen Kackpokal in England und machte sogar auch noch in der Premier League 9 Scorer Punkte und stand mit 21 Jahren im UEFA Champions League Finale, das man leider gegen Chelsea verloren hat. Das nächste Land ist Schweden und dort habe ich leider nicht Zlatan, der leider verletzt ist, sondern der 21 Jahre junge Mittelstürmer und ehemaliger Dortmunder Alexander Ischak von Real Sociedad San Sebastian. Ischak spielt, obwohl er so jung ist, bei Real Sociedad San Sebastian mal wieder eine grandiose Saison. Er machte in der Premiera Division 17 Tore, 2 Vorlagen und stand kurzzeitig mit den Basken auf Platz 1 in der Liga. Polen, Robert Lewandowski, aktuell mit Abstand der beste Spieler Polens und vielleicht auch aktuell auch auf der Welt. Darüber brauchen wir gar nicht reden, deswegen gehen wir einfach sofort weiter. Slowakei, Milan, Skrinja. Das nächste Land auf unserer Liste ist, oh ja, endlich Deutschland und da habe ich Joshua Kimmich. Zu Joshua Kimmich muss ich eigentlich gar nichts sagen, der Junge kann einfach alles. Defensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, Innenverteidiger, Außenverteidiger und vielleicht noch ganz paar andere Positionen, die er vielleicht auch Weltklasse kann. Es gibt keine einzige Position gefühlt, wo er entweder nicht Weltklasse oder Weltklasse ist. Auch wenn ich Kimmich absolut, absolut unsympathisch finde, muss man akzeptieren, dass er sehr ehrgeizig ist und man muss auch wirklich vor Augen halten, wie talentiert und wie gut er ist. Und vielleicht für mich ist er der zukünftige Kapitän bei den Bayern und vielleicht auch bei der deutschen Nationalmannschaft. Ungarn, Peter Gulaschi. Kommen wir zum amtierenden Europameister Portugal und da habe ich den zweitbesten Fußballer aller Zeiten, Cristiano Ronaldo. Brauchen wir gar nicht reden. Spielt trotz seinem hohen Alter immer noch eine grandiose Saison. Andere wären schon in China. Obwohl Juve fast die Champions League verpasst hat und nur Vierter wurde und fast die Champions... Achso, das habe ich schon erwähnt. Geil. Wurde CR7 diese Saison mit 29 Toren in 33 Ligaspielen Torschützenkönig in der Serie A und holte zumindestens mit Juve den italienischen Pokal. Ob mit Cristiano Ronaldo und Portugal die Titelverteidigung dieses Jahr drin ist, steht in den Sternen. Solange Ronaldo fit bleibt, sage ich, dass Portugal mindestens, mindestens ins Halbfinale oder sogar ins Finale kommt. Und was dann passiert, werden wir diesen Sommer sehen. Kommen wir zum Weltmeister, zum Top-Favorit der EM und glaube ich für mich auch schon längst der Sieger, Frankreich. Der aktuell beste Spieler der Les Blues ist der zukünftige beste Fußballer der Welt, Kylian Mbappé. Zu Kylian muss ich gar nichts sagen. Torschützenkönig mit 27 Toren in der Ligue 1, Weltmeister mit 19 Jahren, Torschützenkönig mit 27 Treffern in der Ligue 1, Weltmeister mit 19, enorm schnell, enorm athletisch, enorm talentiert und für mich wird er Spieler des Turniers. Und für mich gehört er zu den besten Spieler dieses Turniers und wird mit Frankreich 2021 Europameister. So, das war's mit dem Video. Wie hat es euch gefallen? Könnt ihr meine Liste nachvollziehen? Oder gibt es hier Diskussionsbedarf? Kritik gerne in den Kommentaren und schreibt gerne eure eigene Liste unten rein. Liked das Video, aktiviert die Glocke und lasst ein kostenloses Abo da für mehr Fußball-Konten. Ach und vergisst mir nicht auf Instagram zu folgen. Das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao.